Hm. Revolt. Revolte? Draußen blitzt es immer wieder. Das irritiert ein bisschen. Naja. Versuchen wir denen mal so gut es geht zu helfen. Bei deren Katapultbeschuss. Ach, wieso stehen jetzt direkt schon wieder Gegner hier? Das ist doch Blödsinn. Ja, und ich sterbe hier jetzt direkt mal wieder. Wie es halt sein muss. Ach Gott. Hau den doch einfach um. Oh, nein. Dann dreht er sich um. So. Oh, dort hinten. Ach Gott, halt nicht viel aus. Ist das nervig. Ah, der hat einen Schlag verpasst und ich eben. Naja. Ist hier noch irgendwas? Ja, sie kriegt da hinten auch schön etwas auf die Nase. Helfen. Na, ob die Hilfe jetzt nötig war, ist eine andere Sache. Meine Güte. Hey, das war böse getroffen. Hey, aber der auch. Wieso? Wo kommst du denn her? Da darfst. So. Aber damit hätte der jetzt auch etwas schön abgekommen. Ähm. Das ist ein Kollege. Ähm. Mein Gott. Hier wird einem ja echt alles um die Ohren geschossen gerade. Gut. Dann sammeln wir erstmal diverse Sachen auf. The Vulture. Hey. Endlich. Wir haben mal eine neue Fernkampfhäuser bekommen. Äh. Tot? Auch schön. Oh mein Gott. Ist alles ein reines Gekloppe hier. Reine Ballerei und... Wieso? Nasischark. Ich wollte den Kopfschuss verpassen. Mensch. So. Was kriege ich hier? Etwas besseres Schild. Naja. Ob sich das lohnt, ist wieder eine andere Frage. Oh. Shield of Grounding. 400. Das bringt's. So. Das war's mit dem hier. Hier fliegt auch alles in die Luft. Wunderbar. Alles macht Ramble. Hör auf, die Lauer zu schlagen. Ware es nicht. Okay. So. Äh. Mensch. Man wird immer durch die Gegend geschleudert. Von links nach rechts. Von rechts nach links. Das mach ich mit euch auch. Hier. Bam. Kommt. Rumgefliegerei. So. Da komm ich nicht hoch. Dort auch nicht. Hä? Wo soll ich denn dann lang? Okay. Fragen wir den Weg. Ah. Hier. Also gibt's Sinn. Zur Tür. Alle Tore sind so schwer. Alleine kommt man da nicht weiter. Alles macht Bam. Feuer resistance. Gut. Gut, dass wir uns durchkloppen können. Ist alles wunderbar. Wann kriegen wir denn mal wirklich Feuerschaden? Eigentlich nur durch die blöden Zauberer. Oder? Ja, ich wollte kurz sagen, hoffentlich hat sie dann auch welche. Lassen Sie hin. Ruhe. Double Hit. Und nochmal. Zwei zum Preis von einem. Ist das nicht schön? Das ist unglaublich. Wie man das in so vielen amerikanischen Teleshopping-Sendungen mitbekommt. Ups, da ist noch einer. Ach, bleib stehen. Das war nicht Kadok. Das war Elara. Nase juckt. Oh mein Gott, wie lange habe ich jetzt eigentlich schon am Stück aufgenommen? Hm. Ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass das Spiel jetzt nicht mehr abkackt. Ja, schrei mal wieder drum, ne? So, das Shredder. Waffe wechseln. Das ist besser. Oh, The Shredder. Auf jeden Fall. Ähm, das... Das Schild ist noch ein bisschen besser, ein bisschen neuer. Genügend Munition liegt hier auch noch rum. Wunderbar. Und weiter, hopp. Du kommst unter Feuer, sobald wir rauskommen. Einer von uns sollte direkt nach der Tauer brechen. Versuch, ihn zu flanken. Es ist genug Taktik, Kadok. Let's just kill him. Wie rabiat. Wie stumpf. Ich stand gar nicht in dem Bereich, aber danke. Ist das mies. Ist das mies. Oh, hier ist einer. So. So. Einer weniger. Du bist Menschfreund? Du bist Menschfreund? Anscheinend. Dämliche Katapulte. Versuche ich mal hier hoch zu gehen. Wo auch immer ich dann hinkomme. Ich hoffe, die bringen mich irgendwie hier rum. Und dann auch zum Katapult, damit ich den ausschalten kann. Weil der geht mir jetzt schon mal auf die Nüsse. Und das nicht zu wenig. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hauptsache, ich schieße Elara nicht auch noch weg. Ich schieße wahrscheinlich sowieso alles den Bache hinunter. Kabam. Bache. Alles abschießen. Was auf mich zielt. Alles fliegt in die Luft. Alles. Auch ihr da unten. Alles fliegt in die Luft. Sogar ein Stückchen. Ein Stückchen. Huch. Da ist hinter mir etwas. Guten Morgen. Wieso? Rutscht der Heini da runter? Oh, wie schlecht. Dann geht's nochmal nach oben. Nachschauen. Fast. Medium. Persuade. Der ist mittlerweile auch ein bisschen effektiver geworden. Hier geht's nicht weiter. Aber etwas anderes zum Kloppen gibt's hier gerade auch nicht weiter. Oder? Nicht wirklich. Ja, Hauptsache sie ist mir jetzt auch gut gefolgt. Na komm, spring runter. Ach nein. Das... Ja, ist okay. Dann schießen wir das auch noch weg. Dann kommen wir da durch. Ich... Hm, das hab ich zu Anfang nicht gesehen. So ein Mist. Was? Hä? Was ist das hier denn? Versteh ich gerade nicht. Naja. Ich schieß das erstmal auf. Und dann... Sehen wir weiter. So. Geh da hoch. Geh da dran. Benutz es. Cardog. Was auch immer du machst. Bitte glitch nicht rum. So. Schön. Alles. Zur Seite drehen. Träge Steuerung. Oh, jep. Und tschüss. And blow away the rumble. Na, komm. Weg. Yeah. Alles ist still. You've done it. You've saved us. I don't have to thank you. Assuming a cash reward is out of the question, you can help us find someone. The Lord Mayor's daughter. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber es sollte jemanden fragen, Herr Eador. Er hat diesen Wurzeln geführt. Aber die Wurzeln haben ihn re-friert. Wenn du ihn beschädigst, kann er dir mehr erzählen. Die Wurzeln sind uns nach dem alten Tempel, in den Wild. Wenn du diesen Weg gehst, solltest du ihn finden. Nichts ist einfach so einfach in diesem Job, ist es?